Heyo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Satisfactory. Ja, wir haben ja zuletzt aufgehört. Wir wollten heute... Lass mich kurz überlegen, lass mich kurz überlegen. Wir wollten heute... Athena hinbauen nochmal. Hier rein. Mal einen Fallschrauben. Hier rein. Da hinten raus, so. Dann nochmal das einmal. So. Hier kommt der schöne Stahl hin. Mh, 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 mh. Wir wollten ja das da hinten dann mit dem verbinden. Das hier. Da ich brauche Stahlrohr. Und Stahlrohr brauche ich nur durch... Ähm... Brauche ich nur durch diesen... Wie heißt er? Fabricator, oder wie heißt er? Konstruktor, genau. Das heißt, wir müssen dazwischen schalten. Konstruktor. Und dann einen... Fabricator. Nein, Konstruktor. Und dann... Den dann mit dem Ding verbinden. Mit dem... Mit der... Manufaktor. Also erst den. Dann nochmal Container. Und dann den hier. So, aber ich renne jetzt darüber, um den... Neuen... Neuen Miner... Zu stellen. Der mehr produzieren kann, als der alte. Deshalb... Düse ich schnell darüber. Wie Daniel Düsentrieb. So, hier mal hoch, hoch, hopp, hopp. Läuft er eigentlich noch? Ja, da läuft er noch. Oh, dieser läuft er noch. 102. 3. 23 pro Minute. Okay, er braucht doch kein Upgrade. So wie das aussieht. Er braucht kein Upgrade. Okay, gut. Besser ist noch für mich. So, und dann habe ich... Dann machen wir mal den... 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 Den machen wir weg. Wir bauen davon einen. Und wir brauchen... Häusern, Häusern, Häusern. Davon brauchen wir nochmal drei. Genau. Machen wir das so am besten. Mh, 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 mh. Ich würde ganz gerne den Container... Den hier... Den würde ich ganz gerne weiter machen. den... 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 Verlegen. Ja, weiter. Dann baue ich die hier hin. Dann baue ich hier nochmal einen, 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 einen. Den hier. Oh man, ey. Wieso willst du da nicht rein? 3 von 4. Oh man, klar. Zack, zack, zack. Dann baue ich da hinten nochmal welche hin. Das heißt, ich brauche jetzt hier diese Platten, die verstellten. Eins brauche ich davon. Eins. Dann baue ich von dem hier, brauche ich. Scheiße. Ja, das mit. Das mit. So, wie viel habe ich denn eigentlich nichts machen? Ach, 9. Mal davon ein bisschen mehr. Einfach mal ein bisschen mehr machen. So. Eisenstangen habe ich hier. Ähm. 9 passt perfekt. Rotoren müsste ich eigentlich genug haben jetzt. Ähm. Was braue ich denn noch? Platten habe ich. Die brauche ich noch. Dann brauche ich 15. Rotoren. Nehren wir das mit. Dann kann ich hier 3 neu bauen. Energy. Ähm. Wo brauche ich denn das hin? Am besten hier irgendwie. 1. 2. 2. 3. 3. 4. Das wird eklig. Das wird hässlich. Richtig hässlich. Das wird. Dann. Dann mal das so. Dann mal das so. Dann mal das so. Und dann mal. Wo ist er? Wo ist er? Das heißt. Das hält sich jetzt auf. Und dann brauche ich. Hier brauche ich noch. Machen wir mal. 2. 2. 2 reichen. Der mit dem. Der mit dem. Der mit dem. Der mit dem. Strom habe ich auf jeden Fall jetzt da. Ich finde der bringt den sauer genug. Ja, der bringt genug. Auf jeden Fall bringt der genug. Ähm, jetzt brauche ich noch den hier. Dann mache ich mal. Ziehen, zack. Ähm. Zack. Dann, hm hm hm. Das war alles ein Constructor und ein Container. Das heißt, ich baue jetzt erstmal hier ein Immerhin-Container ein. Und dann mache ich hier nochmal ein Constructor hin. Hier rein und da raus. Ganz einfach. Zeig. Nochmal. Vers strategies. Vers... 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 Das passt nicht? Warum passt das nicht? War das ne blöde Idee war? Nein, das war keine blöde Idee. Passt. Passt doch. Nein, das passt. Dann stelle ich hier die Hero rein. Den muss ich jetzt noch verbinden. Mit irgendeinem Ne? Hier nichts frei ist. Doch hier. Zack. Zack. Und jetzt wird man hier direkt weiter geschoben, kommt dann hier durch, läuft hier rein, zack. Genau. Ich habe gesehen, ich kann hier einfach upgraden. Ganz einfach. Ganz easy. Ich baue jetzt hier nochmal ein paar Schrauben. Jetzt nochmal das Förderbrunnen, oder? Alles ganz normal, Förderbrunnen. Also, ne, ja, jetzt, das ist jetzt. Ja. Ich glaube, die staunen sich da hinten. Also, das Gefühl, dann schauen wir mal. Ja, die staunen sich extrem. Dann kommen da immer so wenig an. Und dann machen wir das so. Ja, und das ist ganz einfach. So. Versteckte Eisplatten. Ich brauche jetzt ganz viele Versteckte Eisplatten. Ganz, ganz viele. So. Und das wird jetzt nicht viel, nicht lang halten. Weil. Ich mache dann einmal den hier. Dann mache ich den hier. Ja, guck. Siehst du. Ja. 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 Dann Unterschiede ich die. Den bräuchte ich. Davon müsste ich erst mal einen Motor angeschalten. Motor. Wo hab ich denn? Killpad, Gehweg. Machen wir mal daraus erstmal das hier. So, ich hab das. Ich hab das. Zack, zack, zack. Da ist auch ein bisschen davon entstanden. Nehmen wir noch was mit. Dann nehmen wir, nehmen wir noch was mit. So, zack, zack, zack. So, das heißt ich könnte hier... Die hab ich irgendwo. Hier. Hier. Ist sehr effektiv. Aber sehr effektiv. So, wo hat er denn Probleme? Schwierigkeiten. Ah, mit dem Schrauben hat er Schwierigkeiten. Und hier hat er Schwierigkeiten mit... Ja, die Schrauben. Die Schrauben sind ein großes Problem. Okay. Hier nicht nochmal so ein Konstrukt einbauen. Zwei. Zwei. Ist immer noch zu teuer. Bitch. Ja. Also. Ich brauche die anderen Platten. Mhm. Mhm. Die. 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 Machen wir die am besten hier nochmal. Das ist auch scheiße. Weil... Machen wir was noch scheiße. Ah, wir können jetzt... Oh. 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 Nein. Oh. nicht da drinnen stehen ich will sie nicht verbinden, jetzt ja hallo das ist falsch das ist falsch ihr seid falsch ah das passiert wenn man es falsch einbaut ja das ist schon wieder falsch wenn so ein Held da werde ich nicht kreffen aber wenn er nur einen Eingang hat also ich müsste den hier weg machen wenn er zwei Eingänge hat dann brauche ich noch den hier so jetzt dem auf dem mit dem dem da und dem dem so passt und dann machen wir den an den an passt und dann machen wir hier nochmal verschrauben machen wir das nochmal mit Upgrades vor so zack dann machen wir das ähm hier kann man auch nochmal upgraden so so genau gut dann sehen wir uns in der nächsten folge wieder bei Satisfactory bis dann ciao b b ab bei